Hallo und herzlich willkommen bei Sportloop. Mein Name ist Dominik und ich zeige dir rasch, wie du dich bei uns registrierst. Gehe einfach auf www.sportloop.ch und klicke oben rechts auf «Login». Hier könntest du dich jetzt einloggen, weil du aber ja noch kein Konto hast, musst du dich zuerst einmal bei uns registrieren. Dazu klickst du unter der Anmeldung auf den Link «Registriere dich». Hier gibst du deine Mailadresse und dein gewünschte Passwort ein. Unter «Bestätigung» diesem Passwort gibst du jetzt genau das gleiche Passwort ein, das ist nur zur Sicherheit, damit du nicht bei der Vergobe des Passworts einen Tippfehler machen kannst und das nicht bemerkst. Anschliessend bestätigst du noch, dass du kein Roboter bist. Dazu musst du ein paar kleine Rätsel lösen und dann kannst du deine Daten vollständig eingeben und speichern. Fertig.